Hallo und herzlich willkommen zur 12. Tür des PvP-Ablandskalenders. Heute spielen wir zum zweiten Mal Project Aras und mit dabei ist der Stiggy. Hi! Hallo! Ja, wir spielen hier die Map Mushroom George oder so, glaube ich hieß die. Oder? Weiß es nicht, der mich noch nicht aus. So, und ich sollte mir eine Rüstung machen. Es ist eine Capture-the-Bull-Map. Will ich den neben dir? Ich baue gleich den Flashing-Table ab. Das bringt dir nix. Ich weiß. Wo ist es? Weißt du? Nee, ich hab die Fläche. Hey, willst du heute mal zwei Milcheimer? Oder hab ich den nur ich? Hey, einen hast du. Ich hab zwei. Ich weiß noch nicht, woher. Den zweiten hast du gecraftet. Milcheimer-Bapp. Ne, der hat dir... Nee, er hat dir zugeworfen. Oh, du postest, du machst dich hoch, du. 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 Achso, okay. Tchuuu. 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 So, ich komme. Ist es runtergefallen? Ja, ja. Tchuuu. Tchuuu. Tchuuuh. Tchuuu. ein von der Leiter kommen und ein BDG durch BDG durch er hat geklappt Oh ja wohl wird er hat wenigstens Ahnung ich habe keine Leitern jetzt sind sie zu zweit auf der Leiter wenn du fragst ja es war deine Schuld so ich komme ja übrigens haben jetzt halbzeit beim Adventskalender und deswegen werde ich jetzt einfach mal was ansprechen was ich schon die ganze Zeit machen wollte aber jetzt zur Halbzeit passt das ja eigentlich besonders gut und zwar wäre es bestimmt cool wenn jemand von euch am Ende des Adventskalenders so einen kleinen Zusammenschnitt also so ein Best-of des Adventskalenders machen würde das heißt alle Szenen die cool waren natürlich nicht alles weil es war ja alles cool sondern nur die Besten sind die Creme de la Creme die kommen dann da rein ja wenn ihr das eben könnt wenn ihr Lust habt wenn ihr Zeit habt und dieses Best-of könnt ihr mir dann schicken und dann ja könnte ich das entweder auf meinem Kanal selber hochladen oder eben was auch immer ein bisschen promoten wie ihr möchtet oh ich falle bringst du schon ins Wasser? nö ja boah die ist mir dann ein bisschen sicherer ich bringe es weiter sicherer genau das war das Wort ich bin hinter dir ja da baue ich viel Block auf dem Boden dass du nicht durchkommst ja hinter dir ist einer also ich bin hinter direkt hinter einem der denkt so ich kill Tim da stehe ich in Ruhe wie ich meine Maus alter der war so weit hinter mir die mich einfach alle ignorieren und nur dich töten wollen oh jo richtig hässlich YouTuber Bonus dabei hab ich sogar einen Block gesetzt und bin dann direkt einen Block nach oben gesprungen das heißt er war richtig weit weg ach still die Pitna Popo aber gut auf ein neues das Ding haben wir eigentlich schon so gut wie gewonnen soll ich nichts heimbringen oder doch wenn die Idee in händigen verletzten bebringst glaube ich ja gar nicht was gibt es noch alles stecken nicht ne leider ich liebe Stärke soll ich ich nehme mehr äh purple mit ich noch irgendwo platzieren einfach am Turm oben am Mitteltag ähm wie soll ich rüberkommen gibt es schon so eine Landstrücke äh Landstrücke äh nein Leute da kommen ganz viele rote durch nur dank meiner Sky Base Bridge Sky Base Bridge und halt den ich geh mal nach rechts jetzt Leute hat einer auf mich gewartet der Fuchs der ist ein richtiger Fuchs Nein geh doch weg ich hoffe du stirbst nein tot ich bin doch nicht wollte platzieren sollen ich glaube der hat jetzt nicht gecheckt vielleicht doch glaubst du so nicht ob sowas checken geht ja wenn die wissen wo es geht dann schon und wenn nicht dann sind die ein bisschen dumm im Kopf baller baller hui da hat er mich ein bisschen ignoriert so ich bin bei der grünen grün ist rechts oder was hier bei den 20 ein gut aber ich wollte es alle gestorben und beziehungslos in blau ein ich habe auch dort an der Rehende nur ich halbiert und stehen weil die die und eine Kumpel an der Kumpel das war nicht gut oder er konnte Kölner ja der ist durch wollen wir noch nicht mehr Kontrolle er hätte stehen müssen noch eine alte Kunde von der Seite etwas mit durch zurück durch er hat auch recht was so er hat es mal zu geben die Köln ist auch so gut ist nur ein ich sag doch das ist recht leer da kommen noch welche drauf da kommen noch welche drauf er kommt noch welche kommt oder tot alter ich wäre beim alten fahren weggefahren der durch und ich habe rüstungen und so und speed potions vielleicht vielleicht auch nicht was machen die da ihr seid so doof ich hab's jetzt auf ansage bei mann auf dem freien freimann ja ich bin mal gespannt welche farbe grün da bekämpft hat ja ich bin gespannt und gut fühlt sich hoch wollen müssen blauer das gefällt mir nicht so ich finde neid nacht sich der fett ganz geil irgendwie hier aber ich muss ja jedenfalls meine milch trinken dann ist er weg warum trägst du dir wegen mt wegen wasser immer auch auf unsere tower wird gekämpft kämpfst du ja wir haben jetzt den tower wieder erobert ja schon meine pfeile baggen ganz komisch rum weil ich viel drin wurde er denkt sich lollo hier kann man gar nicht aber die hochwerten jetzt ist es nicht nötig also in unserer Kunst nur zum Euro mit ihr guckte zu während des Abstands und das ist geliefert ich gehen im 20 zu gut der 2021 Jahrhundschalz immer noch ein glücklicher Anteil an nicht schafft nur schießt jemand durchsuchen und richtig dumm sollte aber okay und dann denkt er sich gut schuldig nicht die weiter ich konnte mit ihr glaube ich und schießen er ist mir auf jeden Fall ich bin noch nicht dort wenn ich gerade noch oder dann halt erschießen einige auf dich und nix können ich falle online und anbieter nicht ohne ein die Schrift ja aber gerade so nein nein gut und und warum und verdient hast ich sage es wird ja ne wird es nicht viel leichter gehen aber es wäre nicht viel schwerer unten rum zu gehen ja mach okay das mache ich jetzt auf Ansage Freimann Freimann ja der will ich mich abschießen er kann es nicht doch doch verdammt wie komisch meine Herzen aussehen hä und ich würde gerne noch mal kurz hochgehen hochgehen da ab 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 clock ab 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 also ich hab mich auf der Seite gelesen Prozent um das der Typ der es gemacht hat meinte er wüsste nicht warum der mord nicht weitergeführt werden soll weil es ja noch so cool features vorgibt aber ich kenne ja nicht aber man kann zum Beispiel schnell fliegen im kreativ ok oh wie ich den wegkomme um den Bogen ah super ich komme jetzt zurück mit der Wolle äh aber nicht oben rum doch oder so soll ich Double Cap machen ja Achtung der hat nicht mehr für Leben da Prozent die Kiste und Grunde die Schilder gesprungen mit einem und schießen die ich brauche vorangeboten mit der Weichling um der Konrad von welcher Fall die schiefen nur springen jolo wenn die europäische hier ich bin unten wo bist du hin dahin der unten sondern da kommen leute also ich bin jetzt da oben ja runtergefunden das geschafft neulich auf zurück bin ich schaff nein ich bin ein bisschen zu blöd hier b das man bekommt nur für einmal holen das war sogar so knapp diese gas dinge alter hätte ich das mlg ding dann noch geschafft das wäre richtig cool gewesen ich habe ein mt geschafft ne den hab ich auch geschafft aber ich bin jetzt noch mal runtergefallen in die mitte und da war ein block oder so eine blockreihe und der ist fast aufgeschafft aber das war halt so mitten im gefecht ja hat ja hat ja ja h ja 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 da kommt ein paar so ich kann treffen und so lang gelaufen so joe 9 nicht schon wieder nicht schon wieder nicht schon wieder nicht schon wieder die doch stift hier 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 das so pech was mei-kopf angeht weil hier dritten wo die wurde dafür trinkt wo es auch nicht zu tun da mache ich nicht mehr der kohle wurde spart ich habe ein und und wo der Fett macht das für ein homerun was ist das für ein homerun was nur wollen natürlich welche natürlich was soll ich so ein homerun was ist das für eine bridge alter die spinnen der der maaten hier hoch nein der kombuchten wie solche menschen haste nein vor wenn ich irgendwo hochkletterte und von hinten einer richtig weg kommen und es ist durch diese Sprint hast du das so leicht möglich hey da wird er nicht umgekehrt und nicht mehr wir schafft aber ähnlich uns jetzt Juli und er gefällt es wird um ein Leben die Goldnäpfel aber welche Zeit warst du jetzt schon rechte Linke Prozent ich geh jetzt nach rechts also links reichen aber ich habe ich vielleicht auch nicht also man versuche irgendwas aber lieber keine ahnung für sicher weil es gleich viel sinn jetzt habe ich natürlich gut was geschafft hier bin ich auch der Wettbewerb der Wettbewerb der Wettbewerb der Wettbewerb der Wettbewerb ich kann gar nicht sein er kann gar nicht so er kann er kann das kann sein wir sind so richtig weg Kombo die 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 er hat er das nicht so überkriegen der Wettbewerb der Wettbewerb übertreibst das Wolken und das ist voll ruhig gemacht so die Orte durch die Hälfte der Wettbewerb der Wettbewerb und ich glaube es ist auch Gott da kommt zwei blaue irgendwas hier zurück das heißt die wohl jetzt wo kommen die nämlich laufend und da sind zwei Leute die ich runter böschen werde vor allem den Eisentyp ja als auch mal weg wenn die alle Bumbo-Götter werden eh oh nein ich komme gerade zurück weißt du ich brauche noch 20 Sekunden wäre ich da und auf einmal denkt er sich nee ich mach das jetzt vor dir hallo ich bin der Tim guck und jetzt hätte ich gesetzt und dann die zweite verdammt na gut aber die Runde war allgemein ganz cool ich würde sagen wir machen jetzt noch eine kürzere dran am besten mit einem anderen Modus also oh man schaut auf was überhaupt geht aber da müssen wir gucken wegen der Spielanzahl aber ja mal sehen also bis gleich weiter geht's oh ich muss nein Team Selection zack so ich bin Team Blau und wir spielen Full Salvo Stegi ist leider gerade ausgetimt das heißt wir müssen erstmal ohne ihn klarkommen aber ich hoffe mal der wird gleich wieder da sein so ah die denken mit die haben Blöcke dabei nicht so wie ich oh der war aber ein bisschen zu weit hier gibt's die Errüstung und die sollten wir uns auf jeden Fall holen beziehungsweise die Erblöcke wobei die Map oder die Spieler so gering sind dass es wahrscheinlich viel zu viele Leute gibt die einfach so durchraschen oh Gott ich hab kein Holz komm schon deswegen lohnt sich das eventuell gar nicht jetzt hier zu farmen so gut haben wir alles nur halt keine Blöcke und das wäre mal wichtig Blöcke zu haben danke oh verdammt das soll ich sein das soll ich Blöcke ja gut komm schon vielleicht sind da oben Blöcke drin der ist tot und der hatte sogar so eine Heal Potion so mal gucken in so ein Heal die ist nicht so stark leider da ist der Chor da müssen wir also hin das heißt ich baue mich mal hier rüber würde ich sagen wobei die schon da sind ja der eine hat schon ein Stück abgebaut oh ich hab keine Dierspitzhack das wird dann natürlich nix aber mal gucken vielleicht stirbt da jemand wobei das stark danach aussieht dass dass die es schaffen werden ich könnte hier vielleicht noch ein bisschen aufräumen aber das war es dann auch hey voll runter verdammt ach der war bei mir glaube ich oh der ist echt richtig cool weil hier kann man jetzt richtig schön in den Spawn reinlaufen und alle killen nice okay es ist jetzt nur noch zwei Leute aber immerhin ach und gewonnen die haben gewonnen super na toll na gut war jetzt nicht so optimal aber egal ich denke mal die erste Runde war auf jeden Fall nicht ganz cool ähm und weiß nicht ich hoffe mal Stege kommt nochmal wieder aber ich werde damit hier erstmal beenden äh project iris kommt bestimmt noch mal irgendwann mal sehen äh ja dann war es das wie gesagt noch mal zu Montage wäre auf jeden Fall echt cool wenn äh das einige machen werden aber eben nicht sofort sondern wirklich erst nach dem 24. hat ja auf jeden Fall Zeit äh ja dann war es das ich hoffe es hat dir gefallen dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020